Na, sag schon, Rails, bis wir eine Bahnstrecke zu unserem Nachhause machen können. Das sind wahrscheinlich geschätzte 30 Stacks voll, also es könnte eine Weile dauern. Da können wir dann weitere 100 Folgen von drehen. Allein nur für die Bahnstrecke von hier nach Hause. Obwohl, ich glaube, so weit war es auch wieder nicht. Ich übertreibe wieder, da ist eine Kiste. Oh, hallo Kiste, was gibt's hier? Melon Seeds, Pumpkin Seeds, Eisen, Brot und natürlich eine Kiste. Ach, dieser Gravel, der möchte gern da übrigens stehen bleiben. Machen wir mal eine Block-Neuberechnung. Pum, so. Haben wir schon Gravel? Ja, dann können wir doch mal gucken, was hier hinten dran ist. Hm, doch so viel. Einmal Gravel? Ja, bestimmt für unsere lieben Dorfbewohner mal einen schönen Weg machen. Bis gleich die Schaufel einfach ein Geist aufgibt. Äh. Wir haben schon 64 Gravel. Ich nehm's zurück. Was haben wir noch nicht 64? Holz haben wir erst 61. Und dann könnte ich mir noch überlegen, ob ich irgendwas Sinnloses wegwerfe, wie zum Beispiel Redstone. Das können wir ja jetzt nicht so unbedingt gebrauchen. Oder Rottenflash. Das könnte man zum Beispiel einfach essen. Ich steh mich mal hier hin. Und ess mal das Rottenflash. Ach, das würde nicht reichen. So, jetzt können wir die Gravels mitnehmen. Oh, was können wir hier noch anstellen? Kohle können wir mitnehmen. Ein bisschen vor uns hin blubbern können wir noch. Sogar keine Monster hier. Spiel ich hier easy oder was? Difficult normal? Gibt's doch gar nicht. Bin verwöhnt vom Live-Play-Hardcore-Spielen. Ist alles zu leicht. Hier drüber ist Wasser. Das machen wir nochmal spannend auf hier. Was gibt's hier denn geiles? Wollen wir da rauf gehen. Schwert in der Hand. Aha. Extrem spannend. Licht mehr mal gut. So, Ende der Farmstange. Hm. Ich glaube, darf er nochmal auch genug, oder? Ach, naja. Hm. Das ist ja alles nicht so der Reißer hier. An Action gerade. Was machen wir denn hier geiles? Hüpfen wir hier wieder hoch. Nehmen die Dinger hier mit. Guck, guck. Hab ich da was bewegt? Ne. Ich halluziniere schon. Ich bin schon zu lange in der Höhle. Hör mir doch auf. Diese Dinger haben auch nie ein Ende. Wir hätten wahrscheinlich schon längst schlafen müssen. Schon wieder fast wie der Tag. Wir müssen mal so einen Level-Cut machen. Also so ein... Ne? Ihr wisst schon. So einen Film-Cut und so. Oh, Mr. Creeper. Hello. Come to my place to me. War aber schon mal. Hm. Geil. Eisen. Gehen wir mal den Creeper im Auge behalten. Steht natürlich taktisch sehr ungünstig. Ja, wo übernachten wir denn jetzt eigentlich? Wo nächtigen wir denn jetzt vor Langeweile? Ich höre irgendwas laufen. Eben so ganz leise im Hintergrund. Oh. Jetzt weiß ich was da laufen. Hallo? Ne, ne. Du brauchst nicht zu dir kommen. Ich komme zu dir. Oh, gut, dass mein Schwert im Auge ist. Macht ja nichts. Weil mein Crafting-Table kann ja gar nichts passieren. Ob ich eigentlich... Ein Holz hier schmalt einfach weg. So. Dann müssen wir mal gucken. Dann machen wir mal... Was mache ich denn da? Hallo? Vollkommen verpennt. Ne, das kann man alles so nicht lassen. Sticks müssen her. Und zwar hätte ich gern... Braue ich gern ein Schwert. Logisch. Und, ähm... Äh, wie sag ich? 64 Holz. Hab ich so viel Holz gemacht? Verdammt. Ich hatte noch 64 Holz gesammelt. Ich eime. Ach, hey, jemine. Was ich hier zimmere, das ist ja unglaublich. Jetzt passen meine Kohle hier nicht mehr hin. Doch, da. Ne, da muss der... Oh, oh, da muss der Crafting-Table hin. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Fackeln und fackeln die hier so hin. Dann haben sie wenigstens Zweck erfüllt. So, jetzt können wir es wieder aufnehmen. Und dann sehe ich hier natürlich wieder Eisen. Das muss mit. Tja, aber was machen wir jetzt Bedeutsames? Welchen Player sind wir denn überhaupt? Wir sind in der Taiga und Level 40. Na super, das ist total weit oben. Dann können wir ja gleich wieder hochlaufen. Ach, wir wollten ja pennen. Schon wieder vergessen. Jetzt gibt es ja so ein Überlänge-Video. Oh, hier ist aber groß. Oh, oh. Hier ist ja ein bisschen schummrig-dunkel drin. Ihr seht ja alle nichts mehr. Ich mach euch mal Licht. Und es ruckelt dezent. Warum auch immer. Ruckel. Ruckel, die ruckel, die ruckel. Warum auch immer. Das ist so extrem abrockt hier gerade. Jetzt sind es 120 Frames und eben war es einer. Geil. I love it. Töten. Boah, hier ist ja noch viel zu entdecken. Ich würde sagen, wir machen uns hier einfach mal so eine kurze Behausung. Die ist ja hier in diesem Ding gerade mal fix gemacht. Ha, ohne Bett. Fällt mir da gerade so ein. Ich wusste doch, ich hab was vergessen. Gut, dann nehm ich das zurück. Aber die ganzen Dinger will ich nicht zurücklassen. Die ganzen Schienen. Da schmeiß ich lieber irgendwas anderes Sinnloses weg wie Erde. Sowas bin ich doch ohne Bett losgegangen. Ach, welche Sünde ich getan. Schafe sind ja hier unten ziemlich unwahrscheinlich. Wenn ich mich da nicht ganz irre. Oh, was ist denn hier los? Komm mal, ich bin jetzt schon wieder hin. Oh, ne, ich bleib hier. Hab's mir überlegt. Und wie, der schießt mich, bevor ich da bin. Ah, der ist ja ganz schön clever. Guck mal, der hilft hoch. Der Dreckshack, da muss ich dich auch austricksen. So, wenn wir das mal erledigt. Kann ich das mal hier mit irgendwas Sinnlosem tauschen? Was ist denn hier gelandet? Was für ein überflutenden Gebiet? Hm, da find ich hier immer so tolle Sachen. Ist das die Diamante? Oh, was sind sie denn? Ja, ich komm immer wieder am gleichen Punkt raus. Traumhaft. Wir müssen aber dieses Gebellkirma verlassen. Da hilft ja nun alles nicht. Denn wir sind voll geladen. Ja, irgendwo hier kam ich ja auch. Ui, was seid ihr da für Brüder? Na ja, mit euch werden wir doch handeln, hm? Hm, von hier kann ich noch ein paar Schienen aufnehmen. Guck mal, der hat einen Bogen fallen lassen von den Jungs. Taugt der was? Wollen wir mal gucken? Ach, ist ein kacknormaler Bogen. Nimm ich doch lieber mal einen Redstone wieder mit. Geh weg.